Hallo, heute möchte ich dir einen entscheidenden Bestandteil des Enfesselt Setups zeigen und zwar den Wächter. Den Wächter siehst du hier unten, der unterste Indikator. Er sagt dir nicht, ob der Markt steigt oder fällt. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern er misst die Temperatur des Marktes. Er untersucht, ob der Markt genügend Energie hat, genügend Schwankungsfreude, damit, wenn ein Handelssignal kommt, sichergestellt ist, dass du optimale Voraussetzungen hast. Ich zeige dir, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wenn du hier diese grüne Phase siehst, das war, wo wir von Geld auf grün gespielt sind, ein Long-Signal, wo man also kaufen konnte. Aber der Wächter unten hat dieses Signal geblockt. Das siehst du daran, dass die schwarze Linie oberhalb der grünen Linie gewesen ist. Damit sagt der Wächter, der Markt hat nicht genügend Energie und deswegen wurde dieses Signal nicht aufgemacht und tatsächlich hat uns der Wächter an der Stelle vor einem Verlustträt beschützt. Das kommende Signal hier, wieder auf grün, da war es so, dass der Wächter von der Untersuchung gesagt hat, ja, das kann man machen und dementsprechend war die grüne Linie oberhalb der schwarzen Linie. Damit sagt er dir, wunderbar, das Signal kannst du umsetzen. Du wirst eingestiegen und seitdem wärst du in einem schönen Trade im Goldmarkt drin, drin, drin gewesen. Und wie das Ganze ausgeht, werden wir erst in der Zukunft wissen, weil noch ist bei mir diese Position offen. Ich freue mich über dein Feedback unterhalb des Videos und wir werden uns nächsten Tage bestimmt wiedersehen. Bis dann, alles Liebe von La Barocas, dein Matthias.